Hast du schon Toilettenpapier gebunkert? Wenn nicht, dann beeile dich. Hakele ist Pleite, also ein Toilettenpapierhersteller ist insolvent und hat, so berichtet das jedenfalls Spiegel Online, hat Insolvenz beantragt in Eigenregie. Ich sage dir in diesem Video, was das für dich als Arbeitnehmer bedeutet. Zum einen behakele, aber hier wird zumindest gesagt, auch andere, also diese gesamte Papierindustrie ist quasi unter Druck mit Blick auf die enormen Kosten. Die brauchen Gas, war mir auch nicht so klar, aber die brauchen wohl insbesondere Gas. Das Trocknungsverfahren bei der Produktion von Toilettenpapier und Küchenrollen ist sehr gasintensiv. Ja, erstmal nochmal ganz kurz, zumindest so berichtet das Spiegel Online. Was haben die gemacht? Die haben einen Insolvenzantrag gestellt und soweit ich, das Spiegel Online hier berichtet, in Eigenverwaltung. Grund sind die massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung und die höheren Transportkosten. Die Situation ist erstmal ganz wichtig für Arbeitnehmer. Eine Insolvenz, ein Insolvenzantrag bedeutet nicht, dass ein Arbeitsverhältnis endet, schon gar nicht automatisch. Oder es bedeutet auch nicht, dass dadurch der Arbeitsplatz zwingend gefährdet ist. Das erstmal vorab ein bisschen zur Beruhigung. Aber das ist nur der kleine gute Teil der Medaille. Der andere Teil, der ist wesentlich gravierender, wesentlich problematischer. Denn wenn so ein Unternehmen in Druck gerät, passieren zwei Sachen. Das eine ist, man nutzt solche Situationen natürlich, um sich von den Mitarbeitern zu trennen, von denen man sich sowieso schon immer trennen wollte. Beziehungsweise die Kosten zu reduzieren, die man eigentlich schon längst reduzieren wollte. Das ist so eine typische Beobachtung. Ich will Hakel hier überhaupt nichts unterstellen, aber das erlebt man. Es ist ja in Medien nicht schön, wenn du sagst, ich muss hier viele Leute entlassen. Noch dazu, wenn es dem Unternehmen gut geht. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, ist es auch nicht schön, weil dann sagen alle, dem Unternehmen geht es schlecht und an dem geben wir keine Kredite mehr. Das heißt, es ist immer blöd, Leute zu entlassen. Und wenn es jetzt sowieso eine doofe Situation ist, dann macht man das quasi auf einen Streich, stellt sich da neu auf. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es natürlich keiner momentan weiß, wie es weitergeht und dass die ganze Branche unter Druck ist und dass natürlich zuerst die, die jetzt besonders schlecht bei den Kosten dastehen oder besonders, ja, besonders schon vorher Probleme hatten, dass die natürlich die Ersten sind. Sodass man einfach gucken muss, wie entwickelt sich das weiter. Da weiß man als Arbeitnehmer nicht viel. Deswegen gibt es so ein paar Tipps, die man aber auf jeden Fall beherzigen sollte. Erster Tipp. Besorge dir eine Rechtsschutzversicherung, die Arbeitsrechtsschutz umfasst. Prüfe, wenn du eine hast, ob die Arbeitsrechtsschutz wirklich auch umfasst. Guck dir das an und wenn nicht, dann ändere das. Wenn du gar keine hast, schließe eine ab und am besten sofort. Ich erlebe immer wieder, dass mir die Leute in der Beratung dann sagen, ja, ich wollte ja und habe es vergessen oder meine Frau soll es machen, hat es vergessen oder ich habe immer wieder die Preise überprüft und nicht festgestellt, konnte mich nicht einigen mit mir selbst, welche ich abschließe. Alles egal, schließ eine ab. Schön ist natürlich, wenn du eine gute abschließt. Stiftung Warentest hat die getestet. Also achte insbesondere auf die Ergebnisse, die sich nicht an den Preisen orientieren, sondern an der Leistung. Zufriedenheit der Anwälte zum Beispiel mit den Rechtsschutzversicherungen, zahlen die denn auch, wenn es zum Ernstfall kommt. Besorge dir also diesen Rechtsschutz. Prüfe das nochmal. Das ist das Wichtigste. Zweite Sache, gibt es Veränderungen im Unternehmen, Umgruppierungen, Neugründungen, Angebote immer vor der Unterschrift überlegen. Wir Anwälte können nichts mehr machen, wenn du unterschrieben hast. Das heißt, wenn du irgendwas unterschreiben sollst, erst zur Beratung. Wir bieten in solchen Fällen insbesondere bei Aufhebungsverträgen an, kostenlos und unverbindlich die Beratung telefonisch zu machen. Wenn du so ein Angebot hast, nutze das. Das Problem ist, wenn du unterschrieben hast und dann kommst, dann wird zum einen, meistens sind deine Chancen viel, viel schlechter, wenn man vielleicht auch, kann man vielleicht auch gar nichts mehr machen. Zum anderen, du investierst dann vielleicht Geld, was du gar nicht, was gar keine Erfolgsaussicht mehr hat. Also mach das vorher. Wenn du unterschrieben hast, in der Regel schwierig, nicht aussichtslos, auch da kannst du prüfen lassen. Aber wie gesagt, das ist immer sehr misslich. Also man ärgert sich da auch selber immer dann als Berater, weil man sagt, Mensch, wer ja auch früher gekommen ist. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn irgendwie Umsetzungen, Veränderungen, wenn da irgendwas passiert, bitte auch da vor, bevor man das macht, prüfen lassen. Und wenn der Arbeitgeber eine Weisung gibt, du arbeitest in einer neuen Abteilung, mach das erst mal, aber melde dich sofort beim Anwalt und lass das prüfen. Wenn du es längere Zeit widerspruchslos machst, dann kann es sein, dass der Arbeitsvertrag sich geändert hat und später kommst du davon nicht mehr weg. Unternehmen bilden in solchen Zeiten gerne, ich will auch da hakelen, nichts unterstellen, aber es wird halt gerne gemacht, dass da bestimmte Abteilungen gebildet werden, die man später besser kündigen kann. Auch der Insolvenzverwalter kann zwar erleichtert kündigen, aber auch nicht einfach so. Insbesondere, wenn jetzt hier ein Eigenregie weitergeführt wird, ist die unmittelbare Kündigungsgefahr vielleicht da, dass die kündigen, aber du kannst dich gut wehren. Das ist ja das Entscheidende. Kündigen kann der Arbeitgeber immer. Entscheidend ist, wie deine Aussichten vor Gericht dann sind. Ich werde euch weiterberichten, wie die ganze Sache hier läuft. Bleibt am Kanal, bleibt dabei, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wie eure Situation ist. Und ich werde dann auch gegebenenfalls zu euren Unternehmen ein Video machen. Es ist vieles ähnlich in solchen Krisensituationen. Es lohnt sich also durchaus auch mal, sich ein Video anzugucken, was nicht das eigene Unternehmen betrifft. Aber soweit wir spezielle Informationen haben, berücksichtige ich die natürlich.